Herzlich willkommen zurück. Dinge sind geschehen. Und zwar, ähm, ich sag's gleich vorneweg, es fehlen die letzten zwei Stunden Gameplay aus irgendeinem Grund. Ich hab's gestern aufgenommen und das Problem war, zwischendrin hat es zweimal mein Spiel gehangen. Ich weiß nicht warum. Das war wirklich nur kurz. Insgesamt waren's vier Sekunden genau genommen. Oder viereinhalb. Allerdings dadurch, dass es gehangen hat, ähm, fehlten die Frames nachher. Das heißt, es war, also es war asynchron. Ich hab's eingelesen in das Programm. Es war asynchron um vier Sekunden. Es war, also die Tatsache, dass, dass es geleckt hat und die Frames dadurch technisch gesehen quasi überhaupt nicht vorhanden waren, hätte ich's auch nicht verschieben können. Weil, der Ton war genauso lang wie das Video. Allerdings haben zwischendrin immer mal kleine Bitzel gefehlt. Und deswegen war der Ton vier Sekunden voraus. Und ich konnte es auch nicht hin und her schieben, weil... Also, ich hab's probiert, aber es hat... Es hat nicht schon... Also, ja... Es waren vier Sekunden an Bildmaterial haben gefehlt. Und die waren auch nicht irgendwie... Nicht wiederzuholen. Da hätte ich dann einfach... Ich weiß nicht... Äh, jedes... Boah, muss ich überlegen. Jedes zweite Frame quasi rausschneiden müssen. Allerdings hätte das ne... Ne... Dauer von, was weiß ich, wie viele Jahren gehabt. Deswegen... Fehlen jetzt dummerweise die letzten zwei Stunden. Was haben wir gemacht in der Zeit? Ähm... So. Ich habe drei Häuptlinge getötet. Der eine ist nachgejoint. Irgendwie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hier sind... Ähm... Zwei habe ich getötet. Es gab einen guten Kampf. Dieser hier, der Sklavenführer, der hat mich getötet. Und der hier oben auch. Genau. Das sind beides diese Schützen. Also, der hier schießt mit Fallen, der andere schießt mit... Sperren. Und ich hab hier einen... Ähm... Der heißt... Jetzt muss ich glaube ich mal überlegen. Äh, der Rabe, glaube ich. Irgendwas der Rabe. Und dieser Kerl... Äh... Dieser Kerl ist quasi... Den habe ich jetzt schon dreimal getötet. Und der... Er kommt immer wieder. Er lässt nicht locker. Und deswegen... Ähm... Okay, die zwei brauche ich. Den hole ich mal jetzt nächstes. Hat er irgendwas? Nee, da muss ich mir erst einen Informanten kallen. Achso, und äh... Also, ich habe, wie gesagt, dreimal getötet und... Es würde mich fast nicht überraschen, wenn der nochmal auftaucht. Irgendwas, irgendwas. Der Rabe heißt der. Okay, was haben wir hier drüben noch? Ja, ganz ehrlich, ich lasse das erst nochmal. Gibt vielleicht noch ein paar interessantere Sachen. Ach, du Scheiße. Das war mein Handy. Ich habe mein Handy wohl nicht auf... Leise gestellt. So. Habe ich gerade mal nachgeholt. Hier kann ich auch nicht unbedingt viel mehr machen. Ich würde sagen, ich stürze mich einfach mal voll rein. Gucken wir mal, was ich so machen kann. Okay. Der Kerl befindet sich... Ich habe doch hier gerade gedrückt. Ödnis. Das heißt, nicht in einer Festung. Das ist schon mal vorteilhaft für mich. Denn... Ich bin mir nicht sicher, ob das in der ersten Aufnahme war oder in der zweiten, die leider verloren gegangen ist. Beziehungsweise nicht mehr zu retten war. Da bin ich in die ein oder andere Festung rein und die Gegner dort, die sind sehr schnell nachgespawnt. Ich habe allerdings ein paar echt coole Bilder gemacht. Die habe ich tatsächlich noch. Der da. Kugaluga. Kugaluga. Allerdings hätte ich... Hat er mich schon gesehen? Nee, 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 nee. Ich brauche einen Informanten. Das ist das Problem. Hey, 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 hey. Du hast nichts gesehen. Gibt es hier irgendwo Informanten? Hoch. Ah, nee. Hallo. Nein, bekomme ich hier wieder weg. Äh. Hier. Scheiße. Wie mache ich das? Den nimm ich noch weg. Aus Prinzip. Die wissen sofort, dass ich das war. Scheint ihn nicht sonderlich gestört zu haben. Verdammt, jetzt habe ich keine mehr. Aber ich denke... Ich weiß nicht, soll ich ihn... Ich kann es mal probieren, in einem Zweikampf zu besiegen. Uh, Immundigen schleichen. Wirklich, schleichen war es jetzt nicht, aber okay. Der dunkle Herrscher blickt auf mich herab. Dein Tod wird ihn erfreuen. Der springende Punkt ist... Er blickt auf dich herab. Das ist der Witz dabei. Das muss wehtun. Und noch einen. Jetzt können wir uns so holen. Hey, hey, hey. Ha, Idioten. Uh. So. Zerbrochen, jetzt verfügbar. Okay, wen nehmen wir denn? Da sind wir gerade dabei. Allerdings hat der jetzt ein zweites. Deswegen nehmen wir den hier unten. Der Bogenmeister. Kann durch... Oh, Schleichtodesstöße. Das ist sehr gut. Das mache ich immer gerne. Ich markiere ihn sofort. Ich schiebe nur erstmal den hier weg. Gib mir... Dei Rune. Das sind immer so... So random Rune. Die sind jetzt nicht unbedingt die besten. Wenigstens kriegt man was dafür. So, 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 so. Der ist auch gar nicht so weit weg. Da können wir ja tatsächlich gerade mal hinlaufen. Da drüben hat sich etwas bewegt. Alter, der ist immer so aggro. In wirklich fast jedem Screenshot, den ich gemacht habe. Guckt der Kerl als aber gerade... Ich weiß nicht. Mit viel Hass. Da, die Fliege im Bild. Perfekt. Ich muss sagen, zu diesem Zeitpunkt... Habe ich noch keine Folge... Ähm... Gerendert. Das heißt, ich habe noch keine Thumbnails gemacht. Ich habe allerdings ein paar echt gute Screenshots schon. Und ich werde die definitiv für die Thumbnails benutzen. Weil das eine super Gelegenheit ist. Äh, ich mache das immer so. Ich mache... Äh, also ich zeichne nichts oder... Ich bin... Ich benutze immer... Und das ist auch, ähm... So gewollt. Immer Screenshots aus dieser Folge. Bei dem Spiel ist es allerdings so, dass ich immer nicht den perfekten Screenshot finde. Hier ist die Geschichte relativ offen. Deswegen... Nehme ich einfach dann Screenshots, die ganz gut sind. Pack die in die Thumbnails rein. Was ist denn das hier? Ach, das ist das schon. Euiuiui. Da habe ich gar nicht drauf gehabt. Komm schon. Hey, hey, hey. Kann ich den jetzt schon? Hörst du dich in den Geschnapp? Wie fern in Pest? Äh. Klar, klar. Warum nicht? Okay, das ist der Einzige. Der hat den und den. Dann hole ich mir... Diesen hier. Packere ich direkt mal. Der hat Beefen mit dem anderen. Das ist okay. So. Da hinter mir kommen sie schon. Okay. Was macht der denn mit seiner Hand? Moment, das sieht ein bisschen... Da, die Finger. Oh, die lösen sich gerade den Pixel auf. Egal, Screenshots machen wir trotzdem. Komm schon mal hier. Hey, ich habe doch gerade hier... Schlägt er den Katz zum Ritter oder was? Okay, vielleicht nicht. Achso, stimmt. Ich bin ja in der Festung drin. Vielleicht sollte ich gehen von hier. Ich bin mir da nicht so sicher. Okay, der hier hat... Moment, ich kann mir den ja jetzt krallen. Okay, Kampftodesstöße... ...oder Schattenangriffe. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, den kann ich schon mal... ...ein bisschen pieksen. Sobald... ...sobald ich ihn sehe. ...der wäre dann hier. Oh, ich muss eine Festung verwüsten. Hey, ja. Kein Problem. Ich denke... ...das kriege ich hin. Festung verwüsten. Das ist mein Ding. Oh mein Gott, da kommen 10... ...Urukson. Wenn ich mich hier einfach verstecke, ...sehe ich mich dann? Ich tue einfach so... Oh, die laufen. Ich tue einfach so, als ob ich nicht da wäre. Hat er gerade Englisch gesprochen? Jetzt laufen die wieder zurück. Kann ich an denen vorbei? Lasst euch ja nicht... ...ablenken. Das Problem ist... ...wenn ich in der Festung bin und dann... ...ich muss die eigentlich jetzt schon wegmachen. Aber wenn ich in der Festung bin und da Leute habe... ...die mich verfolgen... ...es ist sehr viel schlechter... ...als es hier vorzuhaben. ...oh mein Gott. Wo ich die noch so ein bisschen... ...unter Kontrolle bringen kann. Sehr schön. ...uh. Uh. Ahaha. Eins gegen eins. War hier nicht noch einer? Na, sowieso aussieht nicht. Da unten ist eine Rune. Nee, keine Rune, sondern eine Mission. Da ist ein Karagor. Der hat anscheinend gerade einen Uruk umgebracht. Komm, den holen wir uns. Und. Das war dumm. Oh mein Gott. Sehr geil. Kommt noch eine in die Leber rein. Und den letzten zwischen die Augen. Das war nicht so episch, wie ich es mir vorgestellt habe. Hey. 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 Das sind ja schon wieder welche, die gespornen. Ich drück doch als A. Was ist denn los? Warum kann ich nicht auf dem Reifen? Hey, 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 hey. Huch. Hallo. Hallo. Das sind nun endlich viele Zu dem wollte ich eigentlich nicht Verdammt Aber es wundert mich auch gar nicht Denn wenn es eins gibt Dann sind es Mobs, die aus dem Nichts auftauchen Das ist unglaublich Das ist unglaublich Guckt es euch an Hallo Na dann laufen wir mal weg Man kann ja nicht immer Wir sind da gerade auf dem Weg hin Zu dieser Mission und da spawnen die Die sind ja wirklich da gespawnt einfach Da war ja niemand sonst Ist okay Hallo Wie viele sind das denn Sehr schön Vor allem das sind alles Bogenschütze Jeder einzelne von denen Da muss ich echt aufpassen Achso Natürlich Der ist auch noch immun gegen sowas Hey 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 Das ist nicht cool Kriegt mich nicht Da ist ja noch einer Den hab ich ja überhaupt nicht Den hab ich ja überhaupt nicht gesehen Kann ich den aufzählen eigentlich Sag mal Genau Hey hey Oh mein Gott Nein Jetzt bist du endgültig geschlagen Gut dann muss ich es nicht mehr machen Ja aber also Mal ganz ehrlich Ist okay Das muss ich mir jetzt nicht alles angucken Also Ohne Scheiß Ich kämpfe da gerade Und während ich kämpfe Spawn die nächsten Horden Mit einem Hauptmann zusammen Ja Was soll ich denn machen Was sind diese Türme aus Silber Sie sind Lichter Die uns im Land der Schatten Führen werden Dort wo alle anderen Lichter Kinder 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 Es sind blasse Reflektionen Und da sind sie schon wieder Und Erinnerungen an ein Verschwundenes Königreich Ihr habt mich nicht gesehen Hä Ach das ist einer von denen Hä ich hab doch Muss ich mich verarschen Hallo Ich war Oh Gott Wunderbar Also man siehe unten links auf der Minimap Keine Gegner zu sehen Mal gucken wann sie auftauchen Da vorne sind Genau Was Ah das sind diese hässlichen Ich finde es gut Dass sie ihren eigenen Ihren eigenen Typen umgebracht haben Gerade Der ist nämlich ein Vermand Deswegen kann ich mir den holen Da auf der Karte Wo kommen die alle her gerade Wo Das ist unglaublich Manchmal ist es wirklich unglaublich Das muss wehtun Hab ich mir sagen lassen Ich hab grad ein sterben hören Ich würde gerne wissen was geschehen ist Da hinten sind schon wieder Da Drei gespawnt Ich geh jetzt einfach mal Hallo Lass doch einfach los Einfach loslassen Ich bin Ja Ich bin Ich bin Ich bin Vielen Dank.